Huch, get fresh, it's the weekend, show it out, oh show it out, so, das war ziemlich aufregend, aber auch schmalzig und es geht sofort weiter, oh, keiner weiß, wo drinnen und draußen ist, ändert es nicht, und es geht weiter mit der anderen Realität, genannt Hörspiel. Am nächsten Tag vor Clarissa tatsächlich zu Morton Collins, allerdings nicht am frühen Morgen, sondern erst am späten Nachmittag, weil das Auto, das Mahorni zur Verfügung stellte, nicht anspringen wollte und der Weg zu Fuß zu weit gewesen wäre. So, da wir haben wir. Wenn ich Mr. Ron richtig verstanden habe, liegt die Collins-Plantage hinter der nächsten Kurve dort. Ach, das tut mir leid. Das geht nicht. Wie geht denn, wie hat er das nächste Stück zu Fuß? Kommt. Wie ist denn, was ist los, unser Plantagen? Wie ist denn, was ist los? Wie ist denn, was ist das? Menschen in religiöser Ekstase. Sie holigen den Voodoo-Kult. Und im Tierrad herröse, die Trenn und aus dem Dunkel bespür uns Frungen. Der U-Du-Maus, der ruft meinen Namen. Mein Herz schlägt schneller unter meiner weißen Haut. Was haben wir denn mit dem Rechter? Sieht man dort am Baum? Der drückt mit den Vergarber eines Kerens. Und dort einen toten Kopf in einem Kreis aus Knochensplitter. Die Zeichen der Geister. In der Palme, da hängen zwei tote Schlammen. Wir sollen umkehren. Unter diesen Umständen sollen wir nicht hingehen. Ach, warum nicht? Was haben wir denn mit zu tun? Ich will Mr. Collins sprechen und weiter nichts. Da ist das Haus, ja. Na klar. Ich dachte, es wäre eine große, brummvolle Rilla. Das ist kaum mehr als ein hauptverfallender Schuppen. Der Inselkönig scheint keinen Wert auf äußerlich keinen zu legen. Da auf der Treppe liegen, hat der Koffer einen Ziehen. Und da haben wir einen Kassel. Aber wir haben so einen anderen Schatzes. Sie sind hinter dem Haus. Es hört sich an, als ob Sie waren. Komm, Sie gehen wir rein. Irgendwo muss Mr. Collins hier sein. Ich möchte lieber hier draußen bleiben, Klazer. Darf ich? Ich fürchte mich. Ja, ist schon witzig. Kommen Sie mit ins Haus, Jonas? Natürlich. Mit der Vorsicht, Kai, treten Sie nicht auf den Ziehenkopf. Das ist einfach für einen, der wohl du Geister getroffen. Jetzt kommt ein traurige Sklaven, die ein Lied darbringen möchte für ihn. Und du, Gott, ableihend. Meine Damen und Herren, Sophie, liebe ich weg. Dein Applaus. Maria! Ja, Maria! Ja, Maria! Tu's noch ne Hand, hör auf dich an mir zu reiben Der Pfiff ist doch schon ganz verbrannt Mach doch endlich das Bein, wenn dein Schlüssel nicht passt Hab mich nie aufgerissen, weil du mich nie gebissen hast Weiber sind Hexen und Hexen sind schlau Frag deine Mutter, die weiß es genau Brette dein Herz Egal wohin, meine Seele ist schwarz Du verlierst es dahin Du kannst dich nicht blühen und lässt dich nie gehen 500 Eingrück kriegen, brauchst doch nur mal wegzusehen Doch du legst dein Seelen heil und dein Herz werden liegen nass Ich habe nach dir kein Verleih, weil du mich nie betrogen hast Weiber sind Hexen und Hexen sind schlau Frag deine Mutter, die weiß es genau Rette dein Herz Egal wohin, meine Seele ist schwarz Du verlierst es dahin Du verlierst es dahin Rette dein Herz Egal wohin, meine Seele ist schwarz Du verlierst es dahin Du willst Du verlierst es schwarz Und du musst dich nicht schwarz Ich bin bang mit einem Schwarz Du kannst dich nicht schwarz pretended mich nicht schwarz Du kannst dich nicht schwarz Das war's. 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 Die ist gebucht. Datou, kommst du mal bitte ? Nein. Tschüss.